Schauen wir mal, wie schnell wir gewinnen können. Oh scheiße, dürfte schwierig werden, GFL im Gegner-Team ohne Ende. Denen gehört der Server, also die Cheaten. Stop whining. Ich brauche doch einen Grund, warum der Gegner gewinnt. Die GFL-Elfe. Ich brauche die Scheiße. Ich brauche das nicht. Ich brauche die Gäste. Ich brauche die Gäste. Ich brauche die Gäste. Oh? ich verzichte gleich auf den alarm 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 ich hab sie nicht ich habe sie nicht Oh so einfach